Hallo, hier ist Ronja und heute in Minecraft Live sind wir alle verschiedene Steves. Julian ist sein neuestem Dick in Minecraft, hat er gerade verkündet. Und ja, bei Tops weiß man nicht genau, was falsch gelaufen ist. Das ist noch unbekannt. Tops gegen die Wand gerannt. Daten! Oh, da ist die Wand gegen Tops gerannt. Auch möglich. So wie er aussieht, kann man uns der Wand nicht verübeln, ne? Ich hab die Wand gegessen. So, soo! Tops, hast du endlich deinen Ziegelchen gegessen, jetzt hat sich dein Kopf der Form angepasst. Wie in so Comic-Büchern. Wie ne Katze, die ne Wassermelone ist. Oh ja. So, jetzt hab ich zwei Emeraldos. Ronja, hat deine Katze schon eine Wassermelone gegessen? Nein. Sieht die denn auch so rund aus? Ich weiß... Sie hat... Sie hat nur nie eine bekommen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Wassermelonen so gut sind wie Katzen. Experiment! Nimm den Trichter, Ronja! Nimm den Trichter! Was für einen Trichter? Genau! Bestes Spiel, wo Patrick war, Tops. Wieso sind die Kisten alle leer? Aber, also, die sind nicht geöffnet, aber die sind einfach leer. Ich glaube, Ronja, die ähneln einfach deinem Kopf. Ey, die öffnen sich nur, wenn die wollen. Also, wenn die zufrieden sind. Denn die öffnen sich, die waren vorher unbenutzt, aber da ist einfach nichts drin! Wieso? Du musst lieb fragen. Wieso? Du musst streicheln, du musst ihm gut zureden. Okay, Kiste bitte. Ich bin auf deiner Seite, ja? Wir können alles zusammen schaffen. Ich frage mich jetzt wieder auf einen Kopf. Jetzt kriegst du eine Lederkarte. Oh! Die 14 Rubies waren drin! Guck, du musst einfach lieb sein! Nice. Okay, bitte. Okay, ist gar nichts drin. Okay, gar nicht. Okay. Aber ich hab ein kleines Problem. Dein Freund Kiste hat vorhin schon freundlicherweise 14 Rubies ausgespuckt. Wenn du noch so nett wärst und sechs weitere hättest... Ne, guck dir ein bisschen Gold. Äh, bitte gib mir zehn Rubies. Äh, ich glaub, du redest zu anderen Kisten auch noch gleich dazu, weil ich hab Platz 7 Rubies. Äh, ein Freund. Äh, ein Freund. Ein Freund. Was soll das denn? Äh! Verräumt ihre Anime-Stimme. Ist der Plattkopf? Nein, meine Anime-Stimme hab ich nur, wenn ich Barbie Girl singe. Also sch... I'm a Barbie Girl! Und da muss man die machen, weil sie die auch hat. Und dann... I'm a Barbie Girl! Au! Alter, ich könnte Pokémon sein. Wer ist das? Ach, das Ronja. Ronja. Hallo, ich bin hinter dir, Ronja. Hi. Ronja, greift mich an! Ronja riecht nach Fisch! Ah! Sorry, ich riecht nach Fisch. Das macht gar keinen Sinn. Weil du mich angegriffen hast und wir am Hafen sind. Ich sage gar nicht so. Ronja, komm hin! Hey, Ronja! Hey, Ronja! Ich bin's nicht, okay? Ronja ist böse! Ronja ist böse! Ronja riecht nach Fisch! Ich geht heißen! Wieso denn nach Fisch? Da läuft immer nicht! Oh mein Gott, ich hab... ich hab Secrets. Ich hab Secrets. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's doch Red gezogen. Ja, genau. Oh nein! Nein! Es ist alles verloren. Alles verloren! Goddammit! Wieso? Oh, so lache, ich leide. Über das Leid anderer lacht bei mich. Hallo, Kiste. Ich bin in einem traurigen Zustand. Willst du mich aufmuntern? Das ist so ne Fake-Kist. Hey, Juni! Verschwindet einfach! Ich hatte relativ viel... ...hätten netter sein müssen zu mir. Dann hätte ich hier vielleicht etwas übergelassen. Aber generell... Juni ist, glaube ich, gerade in einem Wolfraum drin. Der hat sich gerade irgendwo reingepottet. Oh. Verdächtig. Man, jetzt habe ich nichts mehr! Ist es... Ist einfach alles weg? Ich höre gerade, wie jemand von der Karpoppt. Über mir. Flo, wie ist es ein Secret? Was hast du zu sagen, Juni? Jetzt bauchst du schon wieder was ab. Oh, ein Secret! Wie hast du das gefunden, Juni? Hast du das vielleicht gerade selber gebaut? Nein, da habe ich nichts. Nein? Juni? Ich rede wieder auf jeden Fall. Oh, Schummel hat ein neues Secret in die Map eingebaut. Ach nee, es war nicht Schummel. Es waren wir. Flo, komm, komm noch mal her. Ich zeig dir, ich zeig dir. Und dann wundert man sich. Ja, warum Tops und ich die Secrets nicht finden und immer nur Flo und Julian? Ja, warum wohl? Weil die nie gebaut haben! Äh, Flo, komm her. Ich zeig dir ein Secret. Komm zu spawnen. Wo denn? Spawn. Haha, Julian! Du musst... Schau mal. Du musst hier hoch... Nein, nein, nein. Du musst da hoch und nachher hier rüber springen. Da? Ja. Tops. Ja, alle meine Items verloren. Du darfst doch nicht drauf holen. Magst du mir ein paar Items? Jetzt auf einmal! Du kriegst... Du kriegst dich jetzt an... Wirst du dich umbringen? Und jetzt auf einmal kommst du an die Toppen? Tops, du bist doch Freunde. Du kannst doch Freude. Du kannst das cool Song singen. Nein, den will ich nicht singen. Ja, siehste. Oh nein. Tops ist kein Grund, direkt alle umzubringen. Nur weil ich das nicht singen wollte. Aber... Flo... Oh, Julian wurde wieder überlebt. Flo... Flo hat... Flo hat Julian umgebracht. Okay. Ja. Uff. Julian hat mich geschrieben, weil es ist Tops. Nein! Ronja, wo bist du? Hä, Julian? Wie bist du... Der Kerker verließ. Julian schreibt auch... Nein, ich will das Wasser! Ich hab das Wasser ganz vergessen! Hä? Es ist Tops gesehen. Das hab ich gesehen. Hey! Ronja, wo bist du? Ich bin... Versteckt. An einem geheimen Ort, wo du mich niemals finden wirst. Ich bin nicht der Wolf. Flo ist Wolf. Aber okay, gut. Dann bleib eben dein... In deinem Ort und... Ich bin auf dem Schöpf. Ich hab Angst, dass ich ins Wasser... Feuer hier! Florian? Ich hab's genau gesehen. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Jedes Mal, wenn Flo so hechelt, habe ich das Gefühl, dass irgendeine Katze irgendein Wollknall verschluckt hat. Weißt du? Flo! Ich krieg dann keinen Luft. Flo! Wo bist du denn? Flo! Ich kill Flo draußen! Geht nicht! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ah! Oh nein! Der Lotto-Tapper ist OP! Ey! Ich muss dazu sagen! Der Lotto-Tapper ist so OP! Gute Taktik! Jemanden töten und dann instant respawnen und dann noch zwei Kilkunden kriegen! Eine geile Taktik! Taktik! Irgendwie hat mich schon wieder am Anfang gehauen. Das sind nicht auch gefragt. Es ist Julian. Es ist immer Julian. Julian hat... Nein, das war's! Ich schreie! Ronde, wo bist du? Ich zeig dir was! Ich zeig dir das an! Äh, wüsst'n du? Ich bin... Ja, hinter dir! Wegen kriminellem Sachverhalt! Ja! Kleiner Matschekopf! Schau mal genau ins Gesicht! Ja! Was passiert? Huch! Secrets! Cursed! Oh oh! Cursed Minecraft Video! Die Gestalten waren gleich! Tops! Was? Was ist der Tops? Der Wolf? Du stinkst! Nein! Ich find's richtig witzig, einfach random Namen zu schreiben. So richtig so. Julian! Gertrude! Wer ist Gertrude? Gründer Adam! Random Namen halt, weißt du? Hans Heidrich! Josef! Josef! Tops ja auf damit! Guck mal, alle anderen merken an einem bestimmten Punkt, weißt du, dass wir aufhören. Ja? Und wir haben's ein, zweimal gemacht und es war lustig und danach war Schupp! Hi! Mann! Rudolf! Immer lauter! Kastanienbaum 27! Tops! Bauchnabelfel! Tops! 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 Der Wolf schreit nur so, wenn er Angst hatte, dass er das Wolf gewonnen hat. Hör ab! Und das ist ein Fakt. Das ist tatsächlich ein Fakt. Kann ich bestätigen. Halt Abstand, Jörn. Halt Abstand. Jörn, wie ist das so als Wolf? Ich war lange nicht mehr Wolf, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie es so ist. Jörn greift mich ein. Jörn greift mich an. Du zeigst mich aus dem dritten Markt. Mach doch eine Anzeige wegen körperlichen Übergriff. Ja. Was machst du jetzt? Schwimmst du den Masters auf, oder? Ja. Du kommst einfach nicht mehr hoch. Ich hole mir jetzt. Okay, weißt du was? Ich sammle mein Gold, damit falls jemand stirbt. Bin jetzt ein Zeltbeam. Bei mir ist jemand, der einen Platt pflückenkopf hat. Er war nicht der Wolf. Tim Flo, bist du der Wolf? Nein, bin ich nicht. Ich bin schuld. Ich bin nämlich gelegen, wo sie ist. Nein, sehe ich nicht. Aber, ich habe gleich genug Geld, um mich wieder zu überleben, Julian. Er macht das. Keine Sorge. Wer ist das? Ich weiß, dass du es bist. Und die unterstützt dich, weil ich war in letzter Zeit nicht sehr lieb zu dir. Toll. Keine Sorge. Überleb dich wieder. Ich finde nur kein Gold. Tobs, wollen wir teamen? Ja. Ich bin es nämlich wirklich nicht. Ich bin es auch nicht. Ich bin ein Teamer gegen Ronja, ja? Hallo, ich bin es nicht. Okay. Ja, genau. Hier, Junge, komm her. Tobs, komm, ähm, komm zu dem Turm. Unter dem Turm innen drin. Hey! Ich rette dich und du schubst mich. Danke für nichts. Tobs, komm zu dem Kamin-Geheimgang. Na! Willst du dich auch Team? Zum pinken Raum, Tobs. Ich bin drin. Ich kann ja... Gibt keine Rüstung, egal. Okay. Ich habe auch nichts. So richtig, mein ganzes Gold ist drauf. Was ist unser Plan? Ja, unser Plan ist die Zerstörung von... Äh, Ronja hat so einen Hausser. Die ist die Belitierschaft an unseres. Alles klar. Dann nehmen wir, äh... Dann nehmen wir ganz viel Gyros und dann schmeißen wir es auf Ronja. Weil dagegen ist er allergisch. Hast du sieben Gold? Äh, ja. Ich habe 13. Schon wieder kein Geschenk-Scam! Wieso?! Oh, Ronja, da musst du schreien! JOSEPH! Hä, ich kann kein Randomizer kaufen. Ist Toxic! Ronja, du bist Toxic. Ja. Nee, Josef ist Toxic. Ja, ich hab den Randomizer. Ja, das ist der Genauso. Ja, das ist der Genauso. Ja, wieder so bounce. Wow! Ja, du hast dein skinn, wie du mich so anguckt! Ja, wie sieht der Genauso. Was is der Hölle tut hier da eigentlich? Der sieht einfach aus, als ob er so eine Presse wäre. Wie sieht... Also, ob er so von der Damm-Walt überfahren wurde. Nee, dein skinn sieht aber aus, ob der Teuroadisch geht. Okay. Was hast du Schlimmes erlebt denn in der Kindheit? Hast du zwei Emerald, ich kaufe ein Geschenkschubs? Wisst ihr, was auf dem Geschenk drin ist? Nix! Hä? Warum hüpft ihr ein Slime durch die Gegend? Was? Jan, wieso? Aber warte, ich halte Abstand. Ja, wieso hüpfst du? Ja! Wieso hüpfst du ein Slime und warum hüpfst ihr? Wow! Oh! Das hüpfst uns gesehen, das war da drin. Lotto-Tepper. Ja. Wieso? Du auch? Ja, ich hab's auch gerade bekommen. Oh. Woll ich da hoch? Könnt ihr aber alle aufhören zu cheaten? Ich chefe nicht, das ist mein Freund. Aber wo hast du deinen Freund her? Ich hab aus meiner renovierten... Ach so Leute, deswegen. Warte, warte, warte. So. Flo, wo zur Hölle bist du jetzt eigentlich? Ja! Ich hab noch eins kaufen. Okay, Tops, aufs geht's, mach eine Toilette. Endlich steife. Ich schülle euch jetzt. Ja, ich hab noch mehr. Tops, bisher hat er explodiert. Mach dir Geschenke, oder wie? Na ja. Nice. Aber warte, ich muss mir erstmal Eisen loszuholen. Ich dachte, man kann nur ein Geschenke bespannen. Ja, ich glaub nicht. Ja, ich glaub nicht. Tops, bisher hat er explodiert. Okay, mach du was. Na, ich hab Gift. Oh, what? Ich sterbe. Ist nicht viel drin, dem Geschenk. Wer hat denn es da gelassen? Tops, roulette. Ich hab ja kein Emeralds mehr. Ich hab die alle gegeben. Nice. Ich bin stark. Oh, lol. Okay, Tops, weiner. Du bist dran. Oh Gott. Das ist einer stimmt. Wir spielen einfach roulette. Ihr könnt gerne haben, ein bisschen picken Raum. Wo ist der der Pika? Wo ist der der Pika? Bei dem Kamin im Gang. Da sind die Models. Wo ist der die Models? Also ich werde schon Models. Ah, da ist Blaze. Alter, du musst... Du musst irgendwie... Ich werd so selbst schlafen. Ich will sowas zum Scherben. Du musst immer ganz nah eingehen, Tops und Sil sok. Ohhhh. Oh, ohhh. Oh, ohhhh. 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 Wo ist denn der dumme Gemika? Unter diesen großen Tum, auf der Seite kommst du in den Kamin beim Knopf, was du? Ich weiß aber nicht, was macht der Knopf auf? Du bist dran Tops, du bist dran Ich hab noch 10 Emeralds Was braucht ihr Emeralds? Jaja, okay, warte, du bist dran Warte Wie geht das Spiel? Wie geht das Spiel? Geschenk kaufen und öffnen und wer explodiert, der stirbt verliert Warte, hab ich noch so, ich hab jetzt erst mal 3 Geschenke hier, eins für jeden Okay Ja, einmal eins Okay Dann sag ich, ich bin weg Ich hab randomiser gemacht, ich bin weg, Teleportivon Okay, dann nimmst du Flo Und das dritte Dann nimmst du für dich Okay, wer fängt an? Ich bin der Spawn, ich bin grad weg, Teleportivon irgendwie Okay, warte Randomiser Okay, ihr seid dran Okay, geh weg Shit Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, geh weg, geh weg Mach auf, Jörn Ah, okay Ist alle ready? Okay, ja Okay Okay Was? Nein! Die Zeit ist aufgelaufen Ich wollte eigentlich Hürn töten Ach verdammt, Alter Ich hab richtig viel Ja Ich hab' das, 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 das alles Voll egal Lass noch mal machen, lass noch mal machen Okay, lass noch mal direkt, ich bin dran Aber wir brauchen erst Emeralds, oder? Okay, dann sucht man schon Emeralds Und dann geht runter Okay Oh, der ist hier richtig viel gefunden Okay, nice Ich hab' das 18 Eirundschlisten, nice Jackpot, ha? Uff, uff, uff Uff Ich seh' leider keine Nein, 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 nein Alter, du hast ernsthaft mein Ding geklaut Ich hab' gar nicht geklaut Ich wollte gerade mit 13 Ich wollte gerade mit 13 Ich wollte gerade mit 14 Ich wollte gestalten, aber es war nichts drin zum Klauen Oh, Unlikey Okay, ich hab' genug, ich hab' genug Ich brauch' noch ein paar Ich hab' 40 in einer Kiste 40? Keiner Hecker Luke, du lukst Ich würd' auch sagen, der lupt Und zwei Kisten luk miyani an luk miyani an ich hoffe in dem einen ist noch mehr drin weil dann kann ich mir ich habe auch genug für eins irgendwo wird hier genug drin sein ich glaube ich habe sogar genug für zwei ich tippe mich gerade auf dem turm hoch okay warte wo ist denn der blöde turm da habe ich ihn orientiert sind wie so ein stück groß ist das tut echt weh könnte auch rein beim fluster ich kann die kamen und ich habe richtig gut doch einfach dass du mit ich in die stadt reingehst immer vom wasser hat ihre eltern verloren ja kommen ja sucht ihre eltern und ja wo bist du was siehst du gerade aber siehst du bist du in der mitte ron ja ich komme jetzt wieder ich weiß wieder ist alles wieder gut dann muss weggehen okay ich habe schon eine runde gemacht und ich mach dir okay danke mache auf danke ich würde mal sagen es müsste es müsste hier wie heißt es dass wir noch müssen rolle geben die so diese geschenke sechs von diesen geschenken hat weiß ich mal das wäre nein müsste ich gleich kids machen ja nee aber das ist einfach so random weißt du so da könnte man nämlich so sagen ja das ist die rolle dann ist er zum ich bin der roulette meister er der roulette meister genau wenn ihr für den roulette meister seite dann lasst da hoch